hallo freunde ich grüße euch ich würde so gerne winken aber ich bin im ptu und die tastatur belegung gibt das leider gerade noch nicht her ja ich habe mich für euch heute hier in schale geworfen wie ihr seht ich habe hier sogar schlips und kragen an und eine schicke hose und ein jackett oder sowas ähnliches zumindest ja warum mache ich das und warum stehe ich in astro amada und nehme das hier auch ja leute also erst mal zum ort hier ja ich finde der hat was edles ja natürlich man kann hier raumschiffe kaufen und so weiter und so weiter alles schön aber dieser dieser bereich hat einfach stil weiße sofas schöne bilder pflanzen unten ein roter teppich die tische ich finde das total toll hier und das ist genau der richtige ort um euch in diesem ganz kurzen video nur mal danke zu sagen ich habe gestern abend meinen 200 abonnenten bekommen und ich bin total perplex ich muss ganz ehrlich sagen ich habe nie damit gerechnet dass es 200 menschen gibt die sich anschauen wie ich mich bei einem computerspiel oft zum horsten mache ich freue mich darüber total und ich danke jedem einzelnen von euch dafür dass ihr dieses abenteuer hier mit mir erlebt und es euch auch gefällt ja ich bin wirklich ich habe da nie mit gerechnet in nie mit gerechnet dass ich wirklich so viele leute anspreche ja ich als ich damit angefangen habe und sitgo sozusagen mein mentor war wurde der mir ganz viel gezeigt hat und auch an dieser stelle vielen dank an sitgo natürlich aber auch die ganzen anderen youtuber die über star citizen videos machen die großen ja um mal die crash academy zu sagen oder ein knebel und knusper haben mich alle sehr beeindruckt natürlich ist das eine ganz andere liga und sowas brauche ich auch nicht sage ich euch ganz ehrlich ich mag das so wie ich das mache und ich finde immer man sollte zusammenhalten auch als youtuber zusammenhalten man sollte miteinander zocken man sollte miteinander immer spaß haben weil letztendlich ist es ein computerspiel und wir wollen alle nur spaß haben und ja ich bin sehr überrascht sehr positiv überrascht dass ich doch so viele menschen mit mit meinen videos zum lachen bringen kann ich werde auch gar nicht viel lange weiter quatschen das ist ja alles so ich möchte einfach nur jedem zuschauer jedem abonnenten einfach allen die mich begleitet haben die letzten monate egal ob zuschauer spieler die leute aus meiner community aus unserer community meine community ist es es sind es sind so tolle menschen und ich habe wahnsinnig viel spaß mit euch allen zusammen und allen diesen leuten und nicht zuletzt auch meiner familie die das ganze den ganzen kram hier mitmacht ja muss ich einfach an dieser stelle mal danke sagen und ich möchte ihnen danke sagen und ich freue mich auf ganz 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 viele weitere videos und ganz viele weitere tolle stunden hier im wörs mit immer mehr werdenden spielinheiten mit einer persistenz die jetzt kommt man kann schiffe kaufen und ich habe jetzt gerade hier im ptu übrigens auch gerade mal zwei schiffe gekauft einfach nur mal um zu gucken wie das funktioniert und wie das läuft und ja ich bin super gespannt und ich freue mich wahnsinnig auf das was da noch kommt in diesem sinne liebe leute vielen vielen dank ich freue mich wenn ihr mir weiter zuschaut lasst auch kommentare da auch wenn euch mal was nicht gefällt oder verbessert mich wenn ich was falsch mache es ist alles das gehört dazu das muss halt so sein ja und ich freue mich auf die nächsten videos in diesem sinne sagt gerne heute mal ganz ruhig over and out liebe freunde macht's gut dankeschön ciao ciao und 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 und